Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem YouTube-Channel und ihr habt es im Titel schon gelesen. Ich begleite zwei Tage die Band Asenblut, heute in Nürnberg und morgen in München und wir lassen uns treiben. Und schau mal, was die beiden Tage so bringen. Ihr wisst ja da draußen, ich bin ganz gut mit dem Tetzel befreundet. Von dem her freue ich mich, ihn wiederzusehen, wenn er schon mal bei mir in der Nähe ein Konzert gibt oder zwei. Und dann schauen wir uns heute mal an, ob Entfesselt, das neue Album, auch live was kann. So, und jetzt geht's ab nach Nürnberg. Ich freue mich und ihr freut euch hoffentlich auch. Bis gleich in Nürnberg. Angekommen und wie immer bin ich mir nicht sicher, ob ich vor dem Kult richtig stehe oder nicht. Aber wir werden es gleich sehen. So, Kult, es stehen auch schon Leute da, aber da ist er ja, den suche ich. Na, guck mal, wer da ist. Da ist jemand aus der Heimat, auch da, guck. Und die lassen sich jetzt, die lassen jetzt an Bayern in, bei Asenblut spielen oder was? Ja, das ist ja krass. Ich werde auch nicht mehr ganz genau hinschauen, was du da machst, gell? Es ist ja so dunkel. Ich gehe einfach immer diesem Ogerschatten hinterher. Ja, der Geruch ist es. Da war der Nase in der Aachen. Hallo. Ich weiß nicht, ob das... Willst du mir meins aufmachen? Ich trinke Cola, leid. Ach, so, wir tauschen. Ja. Auch noch besser. So rum. Aha. Danke dir. Tetzl, hast du dich jetzt schon festgebunden an diesem Fetischzeug da? Ich weiß nicht, ich will es gar nicht anfassen. So lange es nicht klebt, ist es in Ordnung. Ja, genau. Ja, das ist cool. Ja, ja, Silvi, wir haben ja noch was vor, ne? Das sind auch andere Partys. Also bringst du das morgen mit dann? Ich weiß noch nicht, wo das hin muss, aber okay. Uns fällt schon was ein. Uns fällt schon was ein. Hier wird die Gitarre noch repariert. Warum hast du sie kaputt gemacht? Ja, Spaß macht. Weil Metal. Mach mal auf, ich will sehen, was da drin ist. Oh. Oh. Sechst Kletter. Warte, hier. Das ist ein schönes Kreuz. Wie heißt das? Dann hier mit dem Kreuz? Das ist das Andreas Kreuz? Mhm. So ein bisschen. Aha. Das ist Kult, also. Schön. Was gibt es denn hier zu essen? Werdet ihr dir gut verköstet? Ja. Rot. Schön. Ganz schön viel Zeug hier. Pizza. Für so wenig Leute. Also wie viele Leute seid ihr hier? Keine Ahnung. Tipp ist dabei. Tipp ist dabei. Okay, geht auch schnell. Vorsicht, eins der Tabletts gehört allein Tetzel. Okay, hier steht auch nochmal so ein Gerät. Und da ist Daisy. Sag ich doch, es gibt Daisy. Ausdreckt. Was, da darf ich nicht reden. Setz dich noch erstmal drauf. Das ist nichts für dich. Ok, oder? Was kaufe ich mir jetzt heute? Alles! Die Ruhe vor dem Sturm an der Bar. Im Kult. Und jetzt gehen die Türen auf. Jetzt drücken sie rein. Schön! Und schon stehen sie am Merchan. Das ist doch schön. So soll es sein. Ein bisschen aufwärmen hier. Warmspiegel. Lassen wir die Jungs jetzt mal hier durch. So hier, die haben sich schminken. Und gucken wir mal die Band an. Und dann kommen wir hier zum nächsten Mal. Die Jungs! Die Jungs! Die Jungs! Hey, das war's nicht so, ich hab's mir gedacht, das war's nicht so, ich hab's mir gedacht. Ha, 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 ha. Aus dem der Darkness, I'm fighting for my life. And nothing means to see for the night. Oh, I've been nerdy nerd, not all down at all. This time I rise, it's the sun, it's the sun we want. It was a dream, it turns on to me. I swear to once I'm here. This time I'm in my flesh, chasing everything. I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man. I'm a man, I'm a man, I'm a man. I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man. I'm a man, I'm a man, I'm a man. I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man. Yeah man, endlich sieht er wieder aus wie richtige Menschen. Normale Menschen, ne? Bereit. Bereit. Auf geht's. Und, bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du bereit? Ja. Nicht so? Doch, doch. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Wir sind alle bereit. Ja, wir sind alle bereit. Ja, wir sind alle bereit. Ich bin bereit. Das ist Livemusik, Leute. Nur Verrückte. Ich gehe mal aus dem Bild. Ich gehe mal aus dem Bild. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020